Von der Mana gibt's nur eine, also von der Mana-Rune gibt's nur eine Rune. Gab's nicht so eine Rune, wo man sogar fliegen konnte nachher? Ne? Gab's nicht sogar Runen, wo man fliegen konnte mit? Der Stab war es. So. Den du mit Mana fittern musst halt, ne? Nam nam nam. Aber das ist ja egal, dafür hast du die Mana-Tablets. Und? Für hier werde ich mir einen eigenen Energiespeicher machen mit Mana. Mana. Das kann ich ja auch. Für hier, eine kleine Energieproduktion kann ich gut gebrauchen. Mana. Dann kann ich mir nicht Living Rock und Living Rock auch dementsprechend produzieren lassen. Spreunig. Und natürlich brauche ich für die Autonomous Activator erst mal Strom. Strom. Hey, was ist das hier? Kannst du ja machen, geht ja schnell. Nochmal. Kannst du ja machen, geht ja schnell Strom herstellen. Ja. Ich würde es aber hier auf der Insel, wir sollten mit Mana machen. Aua. Infizierte Skelett. Ich brauche halt ein Mana Fluxfield. Für Redstone-Blöcke, ein Living Rock und ein Mana Fluxfield. Alter, ein infizierte Skelett, was spinnen droppt oder was? Ungleich. Tot. Äh, was wollte ich denn gerade? Alter, du kleiner Kack-Cheater, ne? Jetzt spuck... Alter, was sind das denn für Huren-Spinnen? Puh. Felix hab ich. Da steht ja noch weiter Nicolachei runter. Du hörst nur ein... Ein Zombie, ne? Den Klatschetod, da kommen wir erst mal. Plopp, Zombie. Plopp, Zombie. Ja, komm her. Eine Zombie-Invasion, ne? Schlimmste, was wir erschaffen haben. Ja. Na, ihr kleinen Kack-Viecher. Der ist ja schon wieder hier. Kleine geboosteten Arschgeigen. Jetzt dann können wir es mitnehmen. Das ist doch falsch. Kupfer wäre echt schön, ey. Kupfer wäre echt schön. Ja, ich frage gar nicht, was ich wieder gehört habe. Geh wieder weg. Hm. Bist du auch schon wieder voll der Rucksack? Ja. 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 aber erstmal hinten hin rennen noch ein string noch rauf und ne feder muss ich dann noch haben oder habe ich vielleicht zufällig irgendeine feder was ist eigentlich mit den Feldern? oh ich kann sie enden mach ich erstmal nochmal schnell dann kann die nächste ladung produziert werden du bist noch in twilight ne? sicher ok dann kann ich dort drängen gehen der regen ist immer so arschig nein ich bleibe so lange in twilight bis ich zurückkomme regelregenweiche weiß wie lange ich noch bleibe hier aber ich bin schon schlafen könnte noch ein bisschen ich war schon heier machen ich hätte mir eine Spitzhacke mehr machen sollen ja ich habe keine Eisenspitzhacke mehr oh wenn ich euch schon wieder ploppen höre ne? ihr kleines Viecher ok also anstatt zurück zu genauen wir gehen immer weiter rein ich habe jeweils von jeden vier pflanzen stehen ne? und durch die vier kriege ich immer 16 stück da siehst du mal von den blüten passt ja da ist ja auch nichts da ist ja auch nichts da ist ja auch nichts ein mini zambi oh 10er pflanze kriege ich immer vier blüten ja soo dann gehen wir mal fe- fehlernung ich habe ja einen vollen cache da stehen den kann ich ja mitnehmen zack wenn ich meine range nehmen kann egal kann ich auch mit den Spitzhacke abbauen oh hm das sollte gehen ja geht auch auch schon getestet soo tschüss zambi nehmen wir das Ding mal mit genau zu hühner zambi ich kann grad nicht ich muss hier raus wir können grad nicht spielen und Freunde sein geht nicht soo ja in der storage sind 389.000 Federn dann ja das ist natürlich was nettes ja habt ihr viel weil man denkt das kommt nur von den Hühnern in deinem Gehege wo muss ich hin die droppen ganz schön da muss ich nicht hin und wenn man überlegt wenn ich nicht ständig immer die Eier leeren würde wie viel da schon drin wären genug ja genug da wären genug drin soo Cash kann ich sogar dann ja das ist ein bisschen in die Richtung dass das halt einheitlich aussieht 1 2 3 4 ich muss da hin zack 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 da habe ich übrigens die ganzen Cash die ich hier stehen hab ne da hab ich alle mit DIA Pipes ausgerüstet Für die ja da sein ich habe noch welche in meiner kiste dastehen viele sind doch nicht mehr da also so viele sind auch nicht mehr drin aber 32 ja so den schon mal auf platzieren heute für die nächste um eigentlich war die ruhe für die feuer ruhe an der wachse netherrack raus mit dir raus mit dir so wollen wir mal gucken aus mit dir ok dachshund smelter netherrack und voll send das war den kann ich nicht damit komponieren damit lauer und jetzt so ich nicht kisten zumüllung kisten zumüllung ist klar du hast einen knall hab ich nicht hast du du hast einen gewaltigen knall dach schuhe dachten schuhe das waren die du hast den trailer von der bully parade schon gesehen ne interessiert der typ interessiert mich ja nischt ist nicht meins was soll das jetzt nur gesagt dass es nicht meins sondern gleich wieder kackvogel hab ich nicht gesagt war ich nicht oh doch den hast du gesagt den kackvogel nein hab ich nicht lüg nicht lass mich zix da hast du das gesagt nein hab ich nicht hab ich doch eben schon gesagt ich war das nicht lüg nicht hab's genau gehört nein ja siehst du hast es wieder jetzt schon wieder tot vielleicht mob mich nee doch du mobst dich selber mobst mich nicht ich mobst dich nicht warum soll ich dich mobsten ich bin ja kein Team ich mobst dich doch nicht ich mobst ja mobst du mich mops 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 mir gedacht dass du dumm bist ja ich mir auch ja beim ersten mal so der junge der ist dumm der hat man sich mit dem möchte ich aufnehmen genau das bescheuert sind die wo wie ich zu trof sein ich klug bin doch nein warum nicht ja das zeit um die noch ein gold erz alles wird gut sind das bei mir ist alles gut bei dir nicht das weiß man bei dir nicht bei dir ist doch gar nichts gut oder doch nein doch nein nein mein gott er ist ein bisschen wieder so auf die liegeposition du fauler hund nicht fauler hund mir tut die arschbacke weh und das ist ganz ungemein ne ach komm schnack nicht so schnack nicht oh schnack nicht da was brüch das nicht ja weg die erst weg ja die silktidspatzke die kann hier bleiben aber das kann ich jetzt mal abfarmen alles gar nicht hatten wie looting bücher ja was willst du schon wieder hier haben mich noch nichts wohl 10 wohl zu schauen wieder hin nicht nirgends was brauchst du hier was brauchst du jetzt worte das ist das problem doch hier so ist ein acht stück schnack spoiler ja ja weil ich clever bin also jetzt alle acht genommen ja was soll das warum brauchst du jetzt warum brauchst du jetzt soulcent ich brauchst netherbrick 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 warum brauchst du netherbrick netherbrick alles ja also kaum produzierst du ein bisschen weg ist es wieder weg ist es warum produzierst du denn nicht noch mehr weil richwater nicht auch irgend so produzieren werden kann weil sand grad nicht durchgesiebt wird sondern das ist nun manchmal nicht normal du bist nicht normal wirst du power punch smite lore woher